Herzlich willkommen zu Urknall-Welterl und das Leben. Bei dem Versuch, diese Welt zu verstehen, da sind wir jetzt schon ein Stück in die Kosmologie abgetaucht. Wir haben gesehen, aha, wir können das Universum beschreiben mit Hilfe eines Skalenfaktors, den wir hier dehnen im Verlauf der Zeit. Da haben wir die Friedmann-Gleichung kennengelernt, die erste, die auch uns schon mal gezeigt hat, wie dieser zeitliche Verlauf genau sich vollzieht, wie das Universum sich verhält anhand dieses Skalenfaktors. Ja, und jetzt wollen wir einen Schritt weiter tun. Jetzt wollen wir die Frage natürlich aufwerfen, was hat das mit uns zu tun? Was spüren denn wir? Gibt es da eine Kraft durch diese Expansion beispielsweise? Was ist da los? Ändert sich unsere Bahn um die Sonne oder was hat das für Konsequenzen? Zudem war immer die Rede von irgendwelchen Drücken, die gravitativ wirken. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Die kosmologische Konstante müssen wir uns nochmal ein bisschen besser herausarbeiten. Und all das werden wir anhand der zweiten Friedmann-Gleichung. Am besten wir starten mit dem Hubble-Gesetz. Wir hatten gesehen, dass eben R Punkt eine Konstante mal R bedeutet. Das ist ja das, was Hubble beobachtet hat. Die Rotverschiebung nimmt zu mit dem Abstand. Das gibt hier eine Konstante und diese Konstante, das war A Punkt durch A, der Skalenfaktor. Und wenn wir es mit einer Beschleunigung zu tun haben, wenn wir uns also für eine Kraft interessieren, naja, dann müssen wir hier einfach nochmal ableiten. Das ist ja kein Geheimnis. Wobei, Achtung, beide Größen sind von der Zeit abhängig. Also R 2 Punkt ist jetzt das erste abgeleitet, mal das zweite, plus das erste unverändert, mal das zweite abgeleitet. Naja. Achtung, Achtung, H Punkt. H Punkt haben wir hier wieder nicht, also erzeugen wir uns hier ein H Punkt. Quotientenregel. Wir bekommen also einen Bruch hier mit A Quadrat. und oben stehen haben wir A 2 Punkt mal A minus A Punkt und jetzt den Nenner ableiten, gibt A Punkt, A Punkt mal A Punkt, gibt A Punkt Quadrat. Und das ist schon die halbe Miete gewesen. Denn jetzt müssen wir einfach nur noch hier, für die Beschleunigung interessieren wir uns, das H Punkt hier einsetzen. Und dann alles ein bisschen nett umformen und die Kraft kriegen wir dann mit Masse mal diese Beschleunigung. Eine unserer leichtesten Übungen mittlerweile, das heißt, R 2 Punkt ergibt also H Punkt, das ist das hier, A 2 Punkt mal A, können wir hier schon irgendeinen, ja, ich will jetzt nicht zu viel auf einmal machen. A 2 Punkt mal A minus A Punkt Quadrat durch A Quadrat das Ganze mal R plus die Hubble-Konstante A Punkt durch A mal R Punkt R Punkt ist wieder das hier oben, also wieder die Hubble-Konstante die Hubble-Konstante ist wieder A Punkt durch A mal R aha, da sehen Sie schon mal das gibt wieder A Punkt durch A Quadrat R haben wir hier beides mal können wir also gleich nach vorne ziehen dann bekommen wir dann bekommen wir ein R 2 Punkt und das ist jetzt A 2 Punkt also ein R mal A 2 Punkt durch A das ist hier das ist hier der vordere Teil das ist hier der vordere Teil A 2 Punkt durch A ein A kürzt sich hier weg minus A Punkt Quadrat durch A Quadrat A Punkt Quadrat durch A Quadrat kriegen wir aber hier nochmal mit einem Pluszeichen schöner geht es ja gar nicht hebt sich weg das war es schon wir müssen nur noch hier wenn wir uns für die Kraft interessieren eine Masse anmultiplizieren das ist die Kraft das ist die Kraft die wir erwarten können aufgrund einer Hubble-Expansion mit einem Skalenfaktor also das einzige was jetzt ein bisschen unschön ist ist diese A 2 Punkt durch A Geschichte dieser Term hier dafür brauchen wir jetzt irgendwas Griffiges haben Sie vielleicht schon eine Idee in der Zwischenzeit mache ich uns mal Platz an der Tafel ich habe uns die Kraft nochmal angeschrieben und wollte auf eine Sache unbedingt gleich mal vorab hinweisen wahrscheinlich ist es Ihnen eh schon ins Auge gesprungen wir haben A 2 Punkt und wir haben A aber in dem ganzen Term ist nicht die Rede von der Geschwindigkeit von A Punkt das war es doch was im Hubble-Diagramm die dominante Rolle spielt was in diesem ganzen Bild die dominante Rolle spielt die weiter die Objekte von unserem Fernsehen umso höher ist diese Geschwindigkeit und alles dehnt sich und da hatten wir doch die Kraft erst mal vermutet in einer Expansion des Universums und jetzt stellt sich heraus ja die Kraft die hängt von dieser Geschwindigkeit A Punkt gar nicht ab und wenn wir es uns genau überlegen dann macht das auch wieder Sinn was heißt denn ein A Punkt in diesem Bild der Fluchtgeschwindigkeit also wenn ich irgendeinen Gegenstand nehme und er bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit von uns weg welche Kraft ist denn dann notwendig dafür dass er sich mit konstanter Geschwindigkeit immer weiter von uns weg bewegt na die Kraft Null Isaac Newton hätte es gefreut mit Impulserhaltung das ist das Bild in einem Universum das sich mit konstanter Geschwindigkeit ausdehnt solange also diese Änderung der Geschwindigkeit Null ist das impliziert ja konstant also A2 Punkt gleich Null ist die Änderung von A Punkt mit der Zeit ist auch diese Kraft Null keine Beschleunigung der Expansion keine Kraft das sollte uns schon mal zu denken geben also wir müssen sehr sehr vorsichtig sein wenn es jetzt darum geht hier mit unserem klassischen Gespür für die Dinge an so einen expandierenden Skalenfaktor heranzugehen konstante Geschwindigkeit von uns weg bedarf keiner Kraft konstante Expansion des Universums übt auch keine Kraft auf auf zum Beispiel uns als gebundene Systeme oder unsere Bahn um die Sonne unsere Kepler Bahn das ist die erste ursprünglich mal verblüffende mittlerweile denke ich ganz natürliche Konsequenz konstante Ausdehnung keine Kraft aber jetzt wollen wir mal schauen was passiert wenn wir Größen für diese Dichten für diese Drücke für all diese Sachen hier mal einsetzen also wir interessieren uns jetzt ganz konkret für diesen Ausdruck hier A2 Punkt durch A na was machen wir dafür wir nehmen den Ausdruck den wir schon gefunden haben für A Punkt nämlich die erste Friedmann Gleichung und A2 Punkt kriegen wir indem wir sie halt einmal ableiten nach der Zeit wir haben A Punkt eigentlich durch A zum Quadrat aber das nehme ich gleich auf die rechte Seite rüber dann haben wir hier diese üblichen 8Pg Drittel Rho nicht vergessen dieses A Quadrat ja und rechts käme jetzt noch ein Lambda Term beispielsweise aber das wollen wir verallgemeinert in diese Dichte nehmen Lambda können wir ja auch in Form eines Vakuum Wirkens uns denken da gibt es eine Vakuum Dichte einen Vakuum Druck also das wollen wir alles hier mit reinziehen in ein ganz allgemeines Rho hier ist also alles mit drin und dann hätten wir noch einen Krümmungsterm das ist diese Geschichte mit K gewesen wir leiten aber jetzt hier eh gleich nach der Zeit ab dann fällt der Krümmungsterm weg weil er konstant ist also lasse ich ihn hier gleich mal weg A Punkt wir wollen A 2 Punkt sage ich auch gerade wir leiten nochmal nach der Zeit ab ist naheliegend also was kriegen wir hier auf der linken Seite 2A Punkt mal A 2 Punkt also hier einfach nachdifferenziert und das gibt uns 8Pi G Drittel ist ja alles konstant Achtung Rho hängt jetzt auch von der Zeit ab genauso wie A Quadrat wir müssen also Kettenregel das heißt wir müssen aufpassen erst das Rho ableiten das zweite lassen dann Rho lassen und das zweite ableiten das sieht jetzt schon mal nicht mehr so ganz harmlos aus weil hier haben wir einen Rho Punkt mal A Quadrat also die Therme werden jetzt ein bisschen unangenehmer ist ja schon längst eine Differenzialgleichung unangenehmster Form hier weil wir verschiedene Stufen Ordnungen und sonst was haben aber was setzen wir denn jetzt hier für dieses Rho Punkt ein das ist die Gretchen Frage das ist unser sehr allgemeinerter Dichte Term also die der Skalenfaktor ändert sich die Dichte ändert sich schlagen wir doch mal unseren Werkzeugkasten auf den wir uns so mühsam erarbeitet haben da springt uns sofort die spezielle Relativitätstheorie an und gleich hinterher die Thermodynamik damit wollen wir uns auf die Suche nach dieser Dichte begeben das schreit ja für mich danach Dichten Druck all diese Geschichten Thermodynamik also legen wir los erster Hauptsatz der Thermodynamik da werden wir das Rohpunkt schon knacken wir kriegen also ein DE ist minus P die V ok beim Volumen müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen wir sind jetzt in einem mitbewegten Volumen also Skalenfaktor das Universum wird expandiert also schreiben wir uns am besten mal ganz sauber und schön hin was wir eigentlich mit den einzelnen Termen hier meinen wenn wir von dem Volumen reden dann reden wir eigentlich davon dass wir ein R0 hoch 3 haben aber mal A hoch 3 einen Skalenfaktor der das Volumen natürlich verändert hoch 3 in alle Richtungen was verstehen wir unter E speziell in der Relativitätstheorie hätten wir eigentlich MC Quadrat wir wollen aber das mitbewegte Volumen berücksichtigen wir haben also kein M sondern ein Roh C Quadrat ein M pro Volumen dann müssen wir auch ein Volumen aufmultiplizieren und das Volumen ist R0 hoch 3 mal A hoch 3 haben wir uns hier gerade hingeschrieben das muss hier rein aber hier haben wir Differenziale müssen wir noch ein bisschen aufpassen wir können auch gleich nach der Zeit ableiten wollen wir E wir suchen ja einen Rohpunkt also nehmen wir ein DE nach DT was was ist das hier das hier R0 hoch 3 A hoch 3 und da hätten wir auf der rechten Seite dann ein Minus P mal die V also D noch die T von diesem V jetzt wird der Platz knapp von R0 hoch 3 A hoch 3 R0 hoch 3 wunderbar kürzt sich weg ist zeitlich konstant geht also jeweils nach draußen und da sobald die Nasenspitze nach draußen zeigt zack kürzen wir es weg und jetzt müssen wir das ganze einmal durchexerzieren einmal ableiten nach der Zeit Ärmel aufkrempeln ich mache das schnell das heißt das C Quadrat ist konstant das werden wir später hier rausziehen und hier runter tun das heißt also wir kriegen ein Rohpunkt oh ein Rohpunkt wir kriegen also ein Rohpunkt mal A hoch 3 plus Roh mal so jetzt müssen wir A hoch 3 ableiten 3 A Quadrat A Punkt dann kommt die rechte Seite wir kriegen also ein Minus P dann müssen wir das A hoch 3 ableiten na haben wir ja gerade schon gemacht gibt also 3 A Quadrat A Punkt ah ja das ist schön das können wir hier zusammenfassen das war einfach die ganze Geschichte schon mal und Rohpunkt A hoch 3 das ist ja schon ganz dicht dran ein A kürzen wir sowieso einfach durch und schon steht hier das was wir brauchen nämlich ein Roh nämlich ein Roh A Quadrat ich hoffe Sie können das noch lesen da unten und das ist jetzt einfach das packe ich auf die rechte Seite rüber ein A haben wir hier gekürzt dann kommt hier ein Minuszeichen ein ganz wichtiges Minuszeichen weil das jetzt auf der linken Seite eben dann Minus Roh mal das hier ist und ein Minus P mal das haben wir schon das heißt wir ziehen diesen Term hier nach vorne dieses A Punkt A mal und dann haben wir ein 3 Rho plus 3 P das C Quadrat müssen wir noch aufpassen das heißt das das beißt hier hinten muss auch so sein von den Einheiten hier und dann haben wir einen Ausdruck für Rho Punkt wo ist denn der Punkt hingekommen Rho Punkt A Quadrat und diesen Ausdruck den setzen wir jetzt hier oben ein das war es schon also einmal ein bisschen hier und schon liegt es auf der Hand ich wische uns das hier unten mal kurz weg die ganze Zwischenrechnung ich habe es eh noch vor Augen so und dann können wir hier schon zwei ich schreibe alles noch mal in der Reihe noch hin ok schön sauber ich will ja irgendwann mal mit dem Tafelbild vom vom Beta konkurrieren aber schaffe ich eh nie und dann lassen wir das hier wieder ausgeklammert 8PiG Drittel so jetzt wird es spannend jetzt setzen wir das unten hier oben ein da hätten wir noch ein Rho mal zwei A A Punkt aha A A Punkt haben wir ausgeklammert sehr schön das heißt da machen wir also das Minus A A Punkt das ist der Ausdruck hier mal diese drei Rho und diese drei Pi durch C Quadrat und und das ist jetzt ein wirklich wichtiger zentraler Gedankengang wir haben hier ein Minus A A Punkt das wir rausziehen also den Term setzen wir ein und hier oben ziehen wir ein Minus A A Punkt rein das heißt wir kriegen ein Minus zwei Rho und das hier an dieser Stelle passiert was ganz entscheidendes deshalb wollte ich Ihnen das hier einmal durchexerzieren also Sie verzeihen mir dass ich jetzt hier die Tafel einfach mal vollgeschrieben habe an diesem Punkt wollte ich einfach hinkommen weil das ist für das Verständnis der bis hin zur dunklen Energie ist das zentral und eigentlich aus meiner Sicht alles entscheidend dieses Minuszeichen ich schreibe es uns noch mal etwas übersichtlicher an das ist aus meiner Sicht die entscheidende Überlegung also einmal haben wir A Punkt okay das können wir hier sowieso vergessen dann den Faktor 2 hätten wir schon längst mal wegkürzen können wird hier zu 4PG Drittel und dann steht auf der linken Seite ein A2 Punkt und das ist dann eben jetzt hier 4PG Drittel und hier vorne sollte ich mir noch ein bisschen Platz lassen für das alles entscheidende wichtige negative Vorzeichen Minus 4PG Drittel weil wir das hier nach vorne ziehen A ziehen wir wieder auf die linke Seite runter dann haben wir einen A2 Punkt durch A und das ist jetzt Minus 4PG Drittel mal 3Roh plus irgendwas Minus 2Roh 3Roh Minus 2Roh hier heben sich Dichten weg Materiedichten Materiedichten wir haben ja hier unterschieden jetzt zwischen Materiedichte und Druck deshalb der ganze Klimmzug war ja dafür da jetzt ein Gespür zu entwickeln wie spielen denn diese einzelnen Parameter hier rein gravitativ die Materiedichten heben sich hier zum Teil raus der Druck erleidet keinen Schaden durch diese Umformung da bleibt der Faktor 3 erhalten bei der Materiedichte geht der Faktor 3 weg wir kriegen also hier eine Materiedichte plus 3 mal diesen Druck pro C Quadrat und das ist die zweite Friedmann Gleichung und das hat fundamentale Auswirkungen die Dichte ist hier deutlich schwächer aufgestellt als der Druck weil der Druck hier diesen Vorfaktor 3 noch besitzt das wird gerne ich war versucht das auch so zu machen einfach man hätte am Anfang einfach mal sagen können naja der Druck wirkt in alle drei Rahmenrichtungen gleich also kriegt ihr hier einen Faktor 3 das ich wollte dass sie hier einen echten Einblick haben was hier passiert das ist zu wichtig um das so populär wissenschaftlich halb falsch hier irgendwie runterzubiegen weil alles was jetzt kommt baut auf dieser fulminanten Tatsache auf dass wir hier Druck und Materiedichte unterschiedlich gewichtet haben weil was steht denn hier A2 Punkt durch A das ist doch das was wir hier oben schon für die Kraft brauchen deshalb habe ich doch das so umgeformt dieser Term ist der den wir hier einsetzen werden hier geht schon um die Kraft und die Kraft ist anziehend offensichtlich minus irgendwas das ist positiv das ist positiv erstmal ist hier alles positiv das heißt wir haben eine anziehende Kraft ja so stellen wir uns das auch vor wie wir gesehen haben sie erinnern sich das Universum da hatten wir am Anfang ungefähr so einen wurzelförmigen Anlauf mit dem Skalenfaktor dann so ein T hoch zwei Drittel das hatten wir beim letzten Mal ja detailliert gemacht und all das ging ja tendenziell so ein bisschen nach rechts runter das heißt also das war davon gekennzeichnet dass jemand der Expansion hier massiv Einhalt gebietet jemand stand hier auf der Bremse Minus und jetzt kommt eben der Sprung und jetzt kommt eben genau diese Fragestellung jetzt wird es gewissermaßen Zeit für unsere größte Eselei das heißt jetzt kann man sich die Frage stellen ja wie muss ich denn in Form eines zusätzlichen Terms hier Gas geben damit ich diese Bremswirkung kompensiere das war doch das Problem schon von Newton dass eigentlich alles super ist für ein leeres Universum aber sobald da massive Sachen drin sind dann fangen die an sich an zu ziehen dann kollabiert alles ist es nicht stabil schlecht allgemeine Relativität hat uns nicht geholfen selbes Problem wir brauchen ein homogenes Universum Isotrop und all diese Überlegungen auch hier hatten wir das große Problem eigentlich ist das nicht stabil wenn es also stabil sein muss jetzt hier Zeit für die Eselei wir suchen ein Gaspedal und das muss genau das hier kompensieren und dann ordnet man einfach der dem Vakuum einen entsprechenden Term zu das Vakuum kriegt hier eine Dichte und einen Druck das war's das stellen sie geeignet ein so dass sie hier das Minuszeichen aushebeln fein austariert das hat aber Konsequenzen und da wird gerne so getan als wäre hier eine positive Energiedichte und man müsste jetzt eine negative Energiedichte im selben Betrag hinzufügen um das zu Null zu kompensieren das ist wie sie es jetzt selber längst verstanden haben nicht wahr was wir hier tun ist wir fügen keine negative Energiedichte hinzu wir fügen eine positive Energiedichte hinzu die sich aufteilt in eine positive Materiedichte und einen Druck und der Druck ist stärker gewichtet als die positive Massendichte die wir hier einsetzen würden deshalb haben wir im Falle eines negativen Drucks hier insgesamt einen negativen Term weil der Druck dreifach gewichtet ist wenn sich jetzt der Druck und die Materiedichte betragsmäßig einander entsprechen was wir gleich sehen werden und dann kippt es hier das Vorzeichen also vielleicht wird es klarer wenn ich das hier nochmal oben drüber schreibe Tafeldienst stellen wir schnell nochmal diese Überlegung auf jetzt für unser Vakuum völlig analog wir wollten das ja über eine konventionelle Dichte beschreiben unser Vakuum wir kriegen also ganz genauso wieder dieses DE ist gleich minus PDV wir können das jetzt hier P Vakuum nennen um das nochmal genau zu kennzeichnen und was ist die Energie dieses Vakuums naja Rho hatten wir alles gerade uns schon mal überlegt Rho C Quadrat also Rho Vakuum in dem Fall mal das Volumen und jetzt kommt der alles entscheidende Schritt hier passiert es wirklich hier spielt die kosmologische Konstante ihre wahre Kraft aus hier offenbart sie ihre wahre Identität weil dieses Rho V C Quadrat per Definition konstant sein soll so hatten wir die kosmologische Konstante ja eingeführt wenn das hier konstant ist dann dürfen wir hier vorne Differenziale draus machen und hier hinten genauso das ist ja jetzt konstant und dann steht hier die entscheidende Beziehung die Konstanz ist das alles entscheidende die Tatsache dass wir hier uns etwas überlegt haben das unter Expansion sich nicht verdünnen lässt das schafft hier eine völlig neue Form das unterscheidet sich von allem dem was wir bisher beobachtet haben und das hat eine ganz wesentliche Konsequenz dass nämlich diese Materiedichte diese positive Materiedichte des Vakuums diese positive Dichte die wir hier unten auch einsetzen dieses Rho V C Quadrat oder ich nehme das C Quadrat auf die andere Seite vielleicht das ist minus P durch C Quadrat das hier ist der entscheidende Punkt und das kommt aus der Konstanz der kosmologischen Konstante und der Expansion natürlich umgekehrt auch unter Kompression und der Änderung des Skalenfaktors hier sieht man auch sehr schön dass die Vakuumenergie am längeren Hebel sitzt sie muss nicht eins zu eins der Materiedichte entsprechen das ganze passiert spät im Universum also den Strahlungsanteil lassen wir eh gleich mal weg der ist schon längst auf 0 abgefallen 1 doch auch 4 aber wenn wir uns jetzt die Überlegung stellen was heißt eigentlich Vakuumenergie hier hinzuzufügen also wir kriegen ein Rho V wenn wir einen Anteil hinzufügen wir kriegen aber minus dreimal Rho V weil das ist ja genau diese Entsprechung also faktisch heißt eine positive Massenenergie also eine positive Vakuumenergie Dichte hinzuzufügen bedeutet in dieser Gleichung ein minus zweimal diese Vakuum Dichte einzutragen wenn ich einen positiven Anteil hinzutue wird faktisch hier durch diese Beziehung und das umgekehrte Vorzeichen das hier negativ und kippt und weil das hier das gibt ja nichts anderes als minus 2 mal Rho V ja und wann kippt eben das Vorzeichen wenn das eben betragsmäßig größer ist oder in dem Moment wo es gehen ja vom Gleichgewicht aus wo es also genau diesem Roh Materie entspricht da haben sie also einen Faktor 2 als Hebel deshalb greift das Ganze auch schon wie wir gesehen haben vor ungefähr 5 Milliarden Jahren als die also da kippte das Vorzeichen bereits als zwar der Anteil von Lambda noch nicht der Dominante war sondern tatsächlich hier nur der Hälfte entsprochen hat von der Materie Dichte das kann ich hier runter ziehen aber hier sieht man sehr schön warum schon zu diesem frühen Zeitpunkt eben das Vorzeichen gibt sie sind jetzt in einem viel tieferen Verständnis angelangt hoffe ich doch sehr ich weiß dass vielleicht werden jetzt viele sagen was kapriziert das ich jetzt an so einem Ding hätte da einfach gesagt das eine negative Energie Dichte das stimmt halt so einfach nicht und ich möchte dass sie es wirklich verstehen was hier vor sich geht wir wollen hier können wir die Welt verstehen das war die Frage die wir aufgeworfen haben und dann müssen wir auch hier Farbe bekennen da hilft jetzt alles nichts also ich hoffe der Gedankengang ist soweit klar geworden dieses A2.A das ist ja das was die Kraft bestimmt das heißt das Vorzeichen ist hier das alles entscheidende und das Vorzeichen ist grundsätzlich mal negativ das Universum hat also erstmal steht auf der Bremse all diese Anteile die hier eine einsetzen die kaum einen Druck hat wie wir gesehen haben Staub drückt nicht da fällt das hier hinten weg dann haben wir Materiedichte dann haben wir den Strahlungsdruck eingesetzt beim Strahlungsdruck haben wir gesehen da haben wir keine Ruhemasse das ist ja vorne unbedeutend aber der Strahlungsdruck spielt eine Rolle all das bremst und irgendwann verdünnen sich die Strahlung mit Skalenfaktor hoch 4 der Staub mit Einsdruckskalenfaktor hoch 3 haben wir alles durchexerziert dann wird die kosmologische Konstante hier richtig zeigen wo es lang geht und sobald sie hier zweimal minus zweimal p haben dann reicht es schon das Vorzeichen hier zu kippen und dann wird die Kraft sich drehen dann wird es eine Expansion und das werden sie jetzt auch spüren das ist jetzt hier eine faktische Kraft das wirkt auch auf gebundene Systeme das Bremsen wirkt auf gebundene Systeme erstmal was uns zu einer weiteren interessanten Sache führt es wird gerne immer gesagt ja die Expansion die zieht irgendwie alles auseinander also zum Beispiel wäre irgendein ein gebundenes System irgendwas kreist um was anderes auf einer Kepler Bahn das würde immer irgendwie separiert werden Vorsicht was das ist das schöne jetzt dieses tiefe Verständnis das sie jetzt haben was passiert denn jetzt hier die Kraft die jetzt hier wirklich auf dieses gebundene System wirkt in welche Richtung zieht sie denn jetzt erstmal im frühen Universum genau im frühen Universum heißt ein expandierendes Universum trotzdem dass die Kraft erstmal bei so einem gebundenen System eine Kepler Bahn nach innen ziehen würde sie hilft der Gravitation da wird nichts auseinander gezogen solange dieses Minuszeichen hier steht ist diese Kraft anziehend auch in einem expandierenden Universum und irgendwann passiert es irgendwann spielt dann die Komponente der kosmologischen Konstante die dominante Rolle was dazu führt dass das Vorzeichen kippt das wird hier abstoßend ab dann wirkt es tatsächlich diesen gebundenen Systemen entgegen und zwischendurch gibt es jetzt eine Phase da heben sich die Anteile der Vakuum Energie und der konventionellen Energie eben genau weg das ist so dieser Tempomat den sie einstellen müssen um das Universum stabil zu halten ganz wichtig nochmal ich weiß ich habe es schon mal gesagt aber das ist das ist so wichtig für das Gesamtverständnis weil wir hier das Differenzial ohne Änderung dieses Terms einfügen durften sind wir auf dieses entsprechende Rho V entspricht minus PV durch C Quadrat gekommen das ist das Eigenartige an diesem Vakuum dass es einen einen konstanten Anteil konstant unter Expansion hier einführt das führt dazu dass sie hier keine Rho Terme bekommen wie sie immer klassisch haben sobald sie jetzt hier klassischerweise von der Energie ist Rho C Quadrat mal V übergehen zu den Differenzialen ja da haben sie eben hier auch eine Änderung die Dichte verändert sich wenn sie das Volumen ändern es kühlt ab wenn sie expandieren es wird heißer wenn sie es komprimieren die Dichten nehmen ab und zu und das ist hier nicht der Fall dass diese Besonderheit führt zu diesem roten Kasten der dann hier rüber führt und erst so kommt es zu dieser Entsprechung und erst mit dieser Entsprechung kommt es dazu dass obwohl ich etwas positives hinzufüge das Vorzeichen hier unten Flippt nur dass ich das nochmal gesagt habe und wie stark ist jetzt diese Kraft aufgrund dieser Gravitation heute mit den aktuellen Werten der Materiedichte haben wir schon gesehen so ungefähr eineinhalb Protonen pro Kubikmeter dreieinhalb Protonen pro Kubikmeter etwa Energiepondor bringt diese Vakuum Energie mit sich damit wir auf die kritische Dichte kommen kritische Dichte eben entsprechend 5 Protonen pro Kubikmeter oder etwa eine Galaxie pro Megaparsec ja da sehen Sie schon pro Megaparsec diese Kraft die ist natürlich extrem niedrig ich setze sie mal ins Verhältnis zur Gravitationskraft in dem jeweilig gebundenen System dann schauen wir uns hier zuerst mal die Wirkung die Kraft auf unseren Planeten auf der Bahn auf der Kepler Bahn um die Sonne an und da sehen Sie wie ausweglos das ist diese Expansion ist vernachlässigbar ist so winzig im Vergleich zur gravitativen Wirkung die ja eh schon nicht besonders ist auf diese 150 Millionen Kilometer Entfernung zu unserer Sonne Wenn 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 wir wenn wir jetzt noch mit ein rechnen die Sonne selber zieht ja noch mal mit 220 Kilometer pro Sekunde ungefähr ihre Bahn dann in der Milchstraße auf dieses gebundene System auf die gravitative Anziehung im Verhältnis die jetzt unsere Sonne erfährt haben Sie diesen Faktor der ist immer noch unglaublich klein selbst hier ist die Kraft vernachlässigbar noch schlimmer auch auf unsere ganze Galaxie die ja in einem Galaxienhaufen gebunden ist selbst auf diesen enormen Skalen ist die ist die Wirkung dieser Kraft immer noch geringst also man muss schon immense Größenordnungen hier betrachten immense Entfernungen damit sich diese Winzigkeiten aufaddieren zu einem erkläglichen Wert und deshalb ist die Wirkung dort eben zu spüren und zu sehen in diesen gewaltigen Entfernungen zwischen diesen Haufen diesen Galaxienhaufen da können Sie dann mit den Beobachtungen tatsächlich festmachen dass hier eine entsprechende Entfernung stattfindet also das ist ich hoffe das gibt Ihnen ein bisschen Gespür für die für diese Kraft wo sie jetzt definitiv herkommt das ist schon noch mal wichtig aus meiner Sicht da müssen müssen wir jetzt noch mal uns kurz konzentrieren der negative Druck das war das alles entscheidende wir haben gesehen wenn wir ein Volumen mit was auch immer expandieren dann kühlt im Normalfall in der Thermodynamik das was sich darin befindet ab und wenn wir es komprimieren erhitzt es sich wenn Sie aber jetzt Quantenfluktuationen haben wenn Sie also aus einem Kolben alles entfernen was sich klassisch darin befinden kann alle Luftteilchen ein ideales Vakuum erzeugen die Wände des Kolbens dürften nicht mehr mehr irgendwie Wärmestrahlung aussenden dass da wirklich gar nichts mehr drin wäre dann hätten Sie trotzdem in diesem Kolben Quantenfluktuationen das haben wir schon ausgiebig gesehen ich erinnere an das Video auch zum Casimir Effekt zu den Quantenfluktuationen da haben Sie ja jetzt schon diese Quantenfeldtheorie und diesen ganzen Background mit im Gepäck was wir hier schon sehr ausführlich besprochen haben ich denke jetzt haben Sie endlich mal den Vorteil daraus jetzt können Sie aus dem Vollen schöpfen und haben sofort dieses Verständnis da sind Quantenfluktuationen die lassen sich eben hier nicht weg manövrieren die kann ich nicht entnehmen aus einem Volumen und wenn ich ein doppelt so großes Volumen schaffe dann sind dann habe ich eine doppelt so große Spielwiese für Quantenfluktuationen dann sind auch doppelt so viele Quantenfluktuationen im Mittel da deshalb verdünnen sich die halt nicht und wenn die irgendeinen Beitrag leisten dann genau kommt es zu diesem Effekt das ist ja so die gängige Erklärung im Augenblick für dieses Phänomen die Tatsache dass wir hier einen Beitrag brauchen in Form einer solchen kosmologischen Konstante und man schreibt es eben gerne diesen Vakuum Eigenschaften dann zu aber Quantenfluktuationen sind erst die halbe Wahrheit wenn wir hier einen Anteil haben der sich also nicht verdünnt unter Expansion weil doppelt so viel Volumen eben doppelt so viele Quantenfluktuationen beherbergt sind wir da schon mal über den Berg aber es ist nochmal ganz wichtig dass nicht dieser Druck drückt expansiv ein Druck kann nur dann etwas bewegen wenn es einen Druck Unterschied gibt gibt das heißt die Wolken die ziehen von einem Hochdruckgebiet weg ins Tiefdruckgebiet weil es eben hier ein Druckgefälle gibt einen Druckradienten wäre der Druck überall gleich würde er faktisch nichts bewegen und wir haben ja ein Universum aufgesetzt homogen und isotrop das ist ja unsere Bedingung dass wir keine ausgezeichneten Punkte haben wenn wir auf großen Skalen Mitteln entsprechen auf hunderten von Megapasse gemittelt muss alles gleich sein das heißt also der Druck muss auch faktisch überall gleich sein das Vakuum hier beiträgt der kann also im Universum nichts bewegen der Druck ist es nicht der drückt das Universum irgendwie auseinander drückt aber jede Energieform wir beschreiben ja das Universum mit der allgemeinen Relativitätstheorie jede Energieform kinetische Energie potenzielle Energie auch ein Druck Druck ist ja Energiedichte trägt gravitativ bei das ist der entsprechende Punkt das ist der Hebel mit dem das Vakuum hier versucht das Universum auseinander zu treiben gravitativ weil es einen Energie Anteil liefert das ist auch der große Unterschied zur Newton'schen Betrachtung da haben sie ja immer nur die Massen die gravitativ wirken in der allgemeinen Relativitätstheorie eben auch die Energiedichten entsprechend auch der Druck auch der Druck des Vakuums und hier schlägt dazu der gravitative Anteil das macht es aus wie es dann zu dem Vorzeichen Wechsel kommt haben wir detailliert jetzt mal gesehen das war ein bisschen viel Rechnerei ich werde mich bemühen also wir müssen wir haben schon noch einiges vor uns ein bisschen müssen wir auch noch rechnen um ehrlich zu sein weil ja will jetzt niemanden verschrecken erstmal aber ich denke das das schlimmste haben wir jetzt hinter uns wir haben die beiden Friedmann Gleichungen eine Gleichung beschreibt A Punkt im Verhältnis zu A also die Geschwindigkeit mit der sich der Skalenfaktor ändert und das zweite ist A zwei Punkt die zweite Friedmann Gleichung regelt eben wie sich A Zweipunkt fällt im Verhältnis zu A für mich ist es wirklich erstaunlich wie zwei Gleichungen dieses expandierende Universum hier so grandios festmachen festnageln verständlich und begreifbar machen auch für uns als Spezies eine unglaubliche geistige Leistung hinaus zu blicken ins All und dann festzustellen hey da gibt es Rotverschiebungen und dann gibt es andere die da so eine allgemeine Relativitätstheorie entwickeln und dann gibt es Leute die Lösungen dann für den Kosmos als Ganzes entwickeln und dann endet es mit einfachsten Gleichungen die dieses Universum dann beschreiben dies auch erlauben das Schicksal des Universums vorherzusagen okay es kommt jetzt hier praktisch zu einer immer sich weiter verstärkenden Expansion das ist nicht schlecht für so eine Spezies auf einem Felsenplaneten um einen durchschnittlichen Gehstern würde ich mal sagen so voraus zu sagen wie das Universum in unvorstellbar langen Zeitskalen irgendwann mehr enden wird aber es gibt leider auch noch ein paar ja Probleme mit der Beobachtung da knirscht es noch ein bisschen da braucht es zusätzliche Modelle noch um das zu befrieden das werden wir uns beim nächsten Mal in Ruhe anschauen was lernen wir jetzt ganz persönlich aus diesen Druckbetrachtungen Druck ist gefährlich offensichtlich versuchen sie das möglichst aus ihrem Leben herauszuhalten aus ihrem Alltag wir alle werden konfrontiert mit Druck oft ist es auch negativer Druck wie wir das empfinden und auf Dauer kurzfristig geht es mal ganz gut man sieht das am Universum da kann man sowas schon einmal kompensieren aber auf großen Zeitskalen längerfristig bringt der negative Druck sogar ein Universum komplett aus der Fassung aus der aus der aus der Fassung aus der aus der Fassung aus der aus der